Jo, hallo liebe Seher von KryptoTV, hallo armseliges Österreich. Wir sind ja bekanntlich im Fasching und da findet man dann in Salzburg so tolle Plakate, wo von freilaufenden Dinos die Rede ist in der Tribüne Lehn. Also falls irgendjemand von euch Jurassic Park gesehen hat und sich damals gegruselt hat wegen der freilaufenden Dinos, wir machen das jetzt in Salzburg in Lehn, finde ich einen super Plan. Ich halte das Ganze natürlich auch, wenn man mitmachen, streicheln, füttern und reiten kann, eher für ein Schmäh. Ich persönlich habe ja, als ich das Plakat das erste Mal gesehen habe, tatsächlich geglaubt, Van der Bellen, Gusenbauer und Wilfried der Weizsichtige und so ein paar andere Dinosaurier werden da zum Reiten ausgeführt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so der Plan. Es geht da anscheinend um ein Theater schon. Ja, ist ja Fasching. Damit eine schöne, mehrrische Zeit. Es geht heute weiter. Baba!